Ja, herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsvideo, das ich an der einen oder anderen Stelle bereits nur noch selbst angekündigt habe. Die Ankündigung einer Ankündigung. Mein Name ist Kopelius. Ich bin in erster Linie Streamer, aber ganz grundsätzlich ein österreichischer Content Creator, der besonders im Bereich historischer Spiele aktiv ist. Das liegt auch daran, dass ich selbst ein Historiker für mittelalterliche Geschichte bin und auch demnächst meine Doktorarbeit diesbezüglich auch einreichen werde. Allerdings geht es in diesem Video nicht direkt darum, sondern es geht um das Spiel Manor Lords. Ein Spiel, das ja von sehr vielen Personen bereits heiß und wirklich schon hart erwartet wird, weil einfach die Demo, die letztes Jahr im Oktober verfügbar war, schon einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und sehr viele einfach schon auf die Veröffentlichung warten. Es wurde mittlerweile angekündigt, dass das Spiel im Jahr 2023 erscheinen wird und daraufhin dachte ich mir, na gut, es wird jetzt eigentlich Zeit, mit einem Projekt loszulegen, mit dem ich ja eigentlich schon längere Zeiten wenig so geliebäugelt habe und jetzt ist wirklich ein guter Zeitpunkt, damit auch tatsächlich zu beginnen. Ich selbst bin ein Alpha-Tester von Manor Lords, einer der sehr wenigen. Es gibt ja, ich glaube, es sind jetzt fast knapp 20.000 Bewerbungen dafür tatsächlich und momentan sind wir bei knapp unter 100 tatsächlichen Alpha-Testern, also die Wahrscheinlichkeit, dass man da hineinkommt, ist sehr, sehr, sehr gering und zusätzlich darf ich auch noch mich als sozusagen historischen Berater ein wenig schimpfen. Intern wird das als Scholar bezeichnet, aber ich denke jetzt im Deutschsprachigen ist es, glaube ich, ganz okay, wenn man das einfach als historischer Berater betitelt. Das bedeutet, ich bin einer jener Personen, die einfach Slavic Magic mit Informationen versorgt, vor allem wenn es dann um die historische Umsetzung geht oder die Umsetzung von historischen Elementen, von sehr besonderen Sachen, wie hat das vielleicht früher funktioniert und wie könnte man das in das Videospiel dann auch irgendwie umsetzen. Das bedeutet, dass ich auf zwei Ebenen Einblick habe in die Entwicklung des Spiels Manor Lords, nämlich einerseits als jemand, der halt diesen historischen Input liefert, auf der anderen Seite als einer derjenigen, die das Spiel halt aktuell auch spielen können und Input dazu liefern und die Entwicklung damit auch ein wenig zumindest vorantreiben. Und das Projekt, von dem ich jetzt vorhin gesprochen habe, sieht vor, dass ich nun eine kleine Videoserie zu Manor Lords mache. Das Spiel, wie schon gesagt, kommt im Jahr 2023 raus und es ist halt etwas, wo ich mir denke, es passt sehr gut, dass ich das im Vorfeld nun auch tatsächlich auch beginne, einfach um ein wenig, ich will jetzt nicht sagen, noch mehr zu hypen das Spiel. Ich glaube, das hat das Spiel tatsächlich nicht notwendig, aber zumindest um vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere ein wenig abzuholen, vielleicht gewisse Themen anzusprechen, Themen zu besprechen, die vielleicht irgendwie jetzt im Laufe der Entwicklung und im Laufe des Wartens auch aufkommen. Das heißt, wenn auch ihr konkrete Themen habt, die euch interessieren, dann bitte lasst es mich wissen, schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde versuchen, das umzusetzen. Aber, und das ist natürlich das große Aber, als Alpha-Test und als jemand, der ein wenig da involviert ist bei der Entwicklung auch, unterliege ich einer NDA, einem Non-Disclosure Agreement. Das bedeutet, ich darf natürlich über gewisse Dinge nicht reden, ich darf gewisse Dinge euch nicht zeigen. Natürlich würde ich am liebsten euch gleich die Alpha am besten zeigen, aber das geht eben nicht. Das sieht dieser Vertrag nicht vor. Aber, und das ist die tolle Nachricht dabei, oder die tolle Neuigkeit, ich habe das ein wenig so aushandeln können, dass ich auch von Zeit zu Zeit auch Elemente aus der Alpha euch tatsächlich auch zeigen darf. Das werden Elemente sein, die vielleicht ein bisschen besser wiederum Ausschnitte zeigen, beziehungsweise eben andere Elemente ein bisschen besser beleuchtet, die ohnehin schon vorgestellt worden sind und damit jetzt nicht etwas völlig Neues gezeigt wird, sondern das Ganze nur aus einem anderen Blickwinkel vielleicht zeigt. Das bezieht sich dann in erster Linie auf Screenshots, bezieht sich aber eventuell auch auf kurze Video-Ausschnitte, was auch immer. Was es natürlich nicht geben wird, sind irgendwie so Videos zum Beispiel von Spielmechaniken oder von einfach gewissen Prozessen, die aktuell erst entwickelt werden, in Entwicklung sind und dementsprechend noch nicht vollständig sind, weil das soll ja natürlich jetzt nicht irgendwie dann auch auf die Entwicklung dann irgendwie negativ zurückfallen, wenn etwas gezeigt wird, was vielleicht noch gar nicht so gut funktioniert, noch nicht fertig ist oder was auch immer. Das heißt aber trotzdem, dass ich euch vielleicht einige sehr coole Einblicke bereits vorab liefern kann und ich damit auch einzelne Themen auch schon ansprechen kann. Wie schon gesagt, es wird mir nicht darum gehen, dass ich euch jetzt, dass ich das Spiel spiele und dann irgendwelche Themen anspreche und darüber etwas berichte, sondern es geht um konkrete vielleicht Äußerungen, die getroffen worden sind, vielleicht um irgendwelche spezielle Tweets und so weiter oder Vorstellungen auf Twitter, die ja immer wieder oder auf Instagram, wo die Sachen dann regelmäßig ja auch gepostet werden und da das vielleicht ein bisschen beleuchten, was ist der Hintergrund dazu, was ist der Gedanke dabei und wie ist das dann sozusagen auch umgesetzt, beziehungsweise wie wird das dann auch umgesetzt. Ein sehr aktuelles Beispiel, das ist jetzt wirklich erst letzten Abend, also gestern sozusagen geschehen. Es ist vor zwei Tagen ungefähr hat Slevic verlautbart, ein spezielles Feature einzubauen, nämlich so eine Stadtwache und da war ich es derjenige, der dann gesagt hat, ja, da könnten wir noch einmal drüber reden. Und das hat dann schließlich auch dazu geführt, dass Slevic sich jetzt dazu entschlossen hat, dieses Feature auch ein wenig wieder umzubauen, beziehungsweise gewisse Elemente davon auch wieder zu entfernen. Das hat er auch auf Twitter angekündigt und hat auch unter den Kommentaren dann einerseits für Zustimmung, andererseits für Lob auch gesorgt, weil man sagt, hey, wow, obwohl er jetzt diesen Aufwand betrieben hat, ist er bereit für die vermeintliche Authentizität eben auch wieder Abstriche zu machen. Auf der anderen Seite sind aber auch wieder Leute dabei gewesen, die dann erklärt haben oder gesagt haben, warum, das ist ja nicht notwendig, das hat es ja gegeben. Und genau solche Punkte würde ich jetzt dann auch in dieser Miniserie oder in dieser Videoserie halt einfach ein wenig aufnehmen und besprechen, weil ich es durchaus als sinnvoll erachte, solche Dinge auch zu erklären, warum es dazu gekommen ist. Also ein konkretes Beispiel jetzt eben mit dieser Stadtwache, warum das System, wie es jetzt ursprünglich geplant war, höchstwahrscheinlich jetzt doch nicht so umgesetzt wird, aus geschichtlichen und anderen Gründen und so weiter. Und wie schon gesagt, da bin ich hauptverantwortlich dafür, für all jene, die sich vielleicht darauf gefreut haben, sorry. Aber glaubt es mir, wir haben andere Pläne, wir haben andere Sachen, die wir damit auch machen wollen und das wird, glaube ich, ziemlich auch cool werden. Also der Spaß wird nicht verloren gehen, das ist einmal das Wichtigste dabei. Gut, also das sind so die Sachen, die ich jetzt dann in der nächsten Zeit irgendwie besprechen möchte. Ich werde schauen, dass ich das möglichst regelmäßig mache, aber nicht jetzt in super regelmäßigen Abständen, also nicht jede Woche oder was auch immer. Aber ich werde versuchen, natürlich bis zum Release des Spiels dann auch möglichst viele Videos auch zu produzieren. Ansonsten, ihr könnt, wie schon gesagt, mich alles mögliche fragen. Ob ich das dann beantworten kann, ist wiederum eine andere Frage, weil, wie schon gesagt, es gibt Dinge, die ich nicht erzählen darf, die ich nicht beantworten darf. Aber ich werde natürlich probieren, möglichst viel in irgendeiner Art und Weise nach außen hin zu präsentieren, beziehungsweise das Ganze irgendwie aufzugreifen. Ansonsten, das ist es für heute. Das ist jetzt nur ein, wie schon gesagt, Ankündigungsvideo. Ich glaube, dass das ein sehr cooles Format wird. Ich freue mich sehr darauf, vor allem, weil ich auch glaube, dass ich, wie schon gesagt, einerseits als Alphatester, andererseits als historischer Berater da einige Informationen auch geben kann. Sofern ich sie geben darf, noch einmal. Ganz wichtig. Und ja, es würde mich freuen, natürlich, wenn ihr dabei werdet. Wenn ihr Interesse an Men and Lords habt, dann vielleicht folgt es auch diesem Kanal, um auch zukünftig die ganzen Videos zu sehen. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle jetzt nichts anderes mehr zu sagen, außer es wird großartig. Es wird ein wirklich, 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 wirklich cooles Spiel und ich freue mich darauf, jetzt in der nächsten Zeit dann auch Content zu Men and Lords zu erstellen und zu präsentieren. Zumindest in der Zeit einmal, wie wir noch darauf warten, dass es noch veröffentlicht wird. Bis dahin, ich wünsche euch was und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.